Textbuch, Einkurs in Wondern, Kreuthofer Lag, Kapitel 27, Die Heilung des Traums, Nummer 2, Die Angst vor Heilung, Teil 2, Absatz 9, Seite 572 bis 574. Wer also fürchtet Heilung? Nur diejenigen, in deren Augen das Opfer ihres Bruders und sein Schmerz ihre eigene Gelassenheit darstellen. Ihre Hilflosigkeit und Schwäche stellen die Gründe dar, mit denen sie seinen Schmerz rechtfertigen. Der ständige Stich der Schuld, an dem er leidet, dient zum Beweis, dass er ein Sklave ist, sie aber frei sind. Der ständige Schmerz, den sie erleiden, zeigt auf, dass sie frei sind, weil sie ihn gebunden halten. Und nach Krankheit wird verlangt, um einen Wechsel des Gleichgewichts im Opfer zu verhindern. Wie könnte der Heilige Geist einen Augenblick, ja noch weniger, davon abgehalten werden, sich mit einem Argument für die Krankheit wie diesem auseinanderzusetzen? Und braucht deine Heilung verzögert zu werden, weil du innehältst, um auf Wahnsinn zu hören? Berichtigung ist nicht deine Funktion. Sie gehört dem einen, der um Gerechtigkeit, nicht um Schuld weiß. Wenn du dir die Rolle der Berichtigung aneignest, verlierst du die Funktion der Vergebung. Niemand kann vergeben, solange er nicht gelernt hat, dass Berichtigung nur vergeben heißt und niemals angreifen. Allein kannst du nicht sehen, dass sie dasselbe sind und deshalb ist Berichtigung nicht von dir. Identität und Funktion sind dasselbe und durch deine Funktion erkennst du dich selbst. Und daher musst du verwirrt sein über dich und was du bist, wenn du deine Funktion mit der Funktion eines anderen verwechselst. Was anderes ist die Trennung als ein Wunsch, ihm die Funktion Gottes wegzunehmen und zu verleugnen, dass sie die Seine ist? Wenn sie jedoch nicht Seine ist, ist sie auch nicht die Deine, denn du musst das, was du wegnehmen willst, verlieren. In einem gespaltenen Geist muss die Identität geteilt erscheinen. Und niemand kann eine einheitliche Funktion wahrnehmen, deren Zwecke miteinander in Konflikt stehen und die verschiedene Ziele hat. So muss denn die Berichtigung für einen Geist, der so gespalten ist, darin bestehen, Sünden in jemand anderem zu bestrafen, von denen du denkst, es seien deine. Und somit wird er zu deinem Opfer, nicht zu deinem Bruder und ist insofern anders als du, als er schuldiger ist. Und da hat der Berichtigung deinerseits Bedarf, als desjenigen, der unschuldiger ist als er. Das spaltet seine Funktion von der Deinen ab und gibt euch beiden eine andere Rolle. Und so könnt ihr nicht als Eins wahrgenommen werden und mit einer einzigen Funktion, die eine einzige miteinander geteilte Identität mit einem einzigen Ziel bedeuten würde. Jene Berichtigung, die du tun möchtest, muss trennen, weil dieses die Funktion ist, die ihr von dir gegeben wurde. Wenn du wahrnimmst, dass Berichtigung dasselbe wie Verzeihung ist, dann weißt du auch, dass des Heiligen Geistes Geist und deiner Eins sind. Und dann ist deine eigene Identität gefunden. Er muss jedoch mit dem arbeiten, was ihm gegeben wird, und du gestattest ihm nur deinen halben Geist. Deshalb vertritt er die andere Hälfte und scheint so einen anderen Zweck zu haben, als denjenigen, der dir lieb und teuer ist und von dem du denkst, er sei der Deine. Daher erscheint deine Funktion geteilt, wobei die eine Hälfte im Gegensatz zur anderen Hälfte steht. Und diese beiden Hälften scheinen eine Spaltung in einem Selbst darzustellen, das als Zwei wahrgenommen wird. Bedenke, wie sich diese Selbstwahrnehmung ausdehnen muss und übersie die Tatsachen nicht, dass sich jeder Gedanke ausdehnt, weil das sein Zweck ist, da es das ist, was er wirklich ist. Aus der Idee des Selbst als Zwei kommt notwendig die Sicht einer Funktion, die zwischen beiden aufgespalten ist. Und das, was du berichtigen möchtest, ist nur der halbe Irrtum, von dem du denkst, er sei der Ganze. Die Sünden deines Bruders werden zum Hauptziel für die Berichtigung, damit deine Irrtümer und seine eigenen nicht als eins gesehen werden. Die Deinen sind Fehler, die Seinen aber sünden und nicht dasselbe wie die Deinen. Seine verdienen Strafe, während deine gerechterweise übersehen werden sollten. In dieser Deutung der Berichtigung wirst du die eigenen Fehler nicht einmal sehen. Der Brennpunkt der Berichtigung ist aus dir hinaus auf jemanden verlegt, der kein Teil von dir sein kann, solange diese Wahrnehmung anhält. Das, was verurteilt ist, kann niemals seinem Ankläger zurückgegeben werden, der es gehasst hat und als Symbol für seine Angst noch immer hasst. Dies ist dein Bruder, Brennpunkt deines Hasses, unwürdig, Teil von dir zu sein und daher außerhalb von dir. Die andere Hälfte, die verleugnet wird. Und nur das, was ohne seine Gegenwart bleibt, wird wahrgenommen, als sei es alles, was du bist. Für diese restliche Hälfte muss der Heilige Geist die andere Hälfte vertreten, bis du begreifst, dass es die andere Hälfte ist. Und das tut er, indem er dir und ihm eine Funktion gibt, die eins ist, nicht verschieden. Berichtigung ist die Funktion, die beiden gegeben ist, doch keinem von beiden allein. Und wenn sie als miteinander geteilte erfüllt wird, muss sie Fehler in dir und ihm berichtigen. Sie kann nicht Fehler in dem einen ungeheilt lassen und den anderen befreien. Das ist ein aufgespaltener Zweck, der nicht mit dem anderen geteilt werden kann. Und somit kann er nicht das Ziel sein, in dem der Heilige Geist sein eigenes sieht. Und du kannst sicher sein, dass er keine Funktion erfüllen wird, die er nicht als die Seine sieht und begreift. Denn nur so kann er die Deine intakt erhalten, trotz eurer separaten Ansicht dessen, was deine Funktion ist. Wenn er eine aufgespaltene Funktion unterstützen würde, dann wärst du in der Tat verloren. Sein Unvermögen, sein Ziel als aufgeteilt und für dich und ihn unterschiedlich zu sehen, bewahrt dich vor dem Bewusstsein einer Funktion, die nicht deine eigene ist. Und so wird Heilung dir und ihm gegeben. Die Berichtigung muss dem einen überlassen werden, der erkennt, dass Berichtigung und Vergebung dasselbe sind. Mit einem halben Geist wird das nicht verstanden. So überlasten die Berichtigung dem Geist, der geeint ist und als eins funktioniert, weil er in seinem Zweck nicht gespalten ist und eine ungeteilte Funktion als seine einzige versteht. Hier wird die Funktion, die ihm gegeben ist, als seine eigene begriffen und nicht als von derjenigen getrennt, die ihr Geber behält, weil sie mit anderen geteilt wurde. In seiner Akzeptanz dieser Funktion liegt das Mittel, durch das dein Geist geeint wird. sein ungeteilter Zweck vereinigt deine beiden Hälften, die du als getrennt wahrnimmst und jede vergibt der anderen, auf dass sie ihre andere Hälfte als Teil von sich annehmen möge. die eine Hälfte der vers der